Ich merke, dass irgendwas stört mich in meinem Hinterkopf. Ja, stört? Nein, ich würde es nicht störend nennen, sondern unser Publikum liebt ihn heute einfach. Oh, definitiv. Zum Zweiten darf ich auch betonen, du wirst uns heute nochmal beehren mit einem absoluten Klassiker von dir, musikalisch. Und unser nächster Gast, das weißt du, der ist ein Freund von dir, von mir, von uns allen zusammen. Und mittlerweile auch von seiner Sarah. Sarah, oh ja, wir lieben Sarah. Ich glaube, das ist seine Freundin. Herzlich Willkommen, Andi Burk! So wie du mich fühlst, so wie du mich kühlst, so wie du mein Herz im Stahl und in deinem Lied. Und mein Herz fällt jede Nacht mit dir zum Sternenhimmel blau. Sarah, oh ja, du musst der Trommel sein. Sarah, oh ja, du musst der Trommel sein. Sarah, oh ja, mein Trommenschein. Sarah, oh ja, du bist der Trommel sein. 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 Jeder Kuss wie Sommer und mein Herz wird warm. Ich liege tausend Träume lang, verliebt in deinem Arm. Sarah, du musst der Sommer sein. Sarah, mein Sonnenschein. Sarah, du fühlst wie Sommerwein. Sarah, sei heut nach Wein. Hörst du auf die Mandorinen, ja sie spielen für die Lied? Sterne fallen vom Himmel, ich bin so verliebt. Sarah, du musst der Sommer sein. Sarah, mein Sonnenschein. Sarah, du fühlst wie Sommerwein. Sarah, sei heut nach Wein. Sarah, sei heut nach Wein. Dankeschön. Es gibt nur einen Freund. Und es gibt nur einen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu meiner letzten Sendung. Und noch einen riesen Applaus für Andi Bohr. Ich muss euch schnell was erzählen und dann gibts noch mal einen riesen Applaus. Weil hinter der Bühne, es läuft zwar noch nicht der Motor, weil wir sind ja umweltbewusst unterwegs. Aber die Birgit sitzt schon im Auto, weil du heute Nachmittag noch einen großen Auftritt in der Schweiz hast, in Luzern. In Luzern, ja. So, also da wünscht man dir eine super geniale Heimreise. Ich freue mich, dass ich wenigstens ein Stück mit dabei sein durfte, bei diesem Mann und dieser letzten Sendung immer wieder. So, jetzt dürft ihr applaudieren für Andi Bohr. Haben wir die Ehre. Wir hören uns. Also, wir gehen nicht rein. Stefan! Hallo, Stefan! Hallo! Stefan! Weißt du denn das? Ja, ich bin kurzsichtig. Ich seh's noch nicht so. Der Andi! Andi! Ja, ich nicht! Das geht dir nicht. Du glaubst doch nicht im Ernst. Andi, Borg fährt und schwimmt über den Fjord von immer wieder sonntags. Ja, aber ich denk, du bist in Luzern! Noch nicht! Noch nicht! Du glaubst ja nicht, dass ich dich bei der letzten Sendung... Du glaubst ja nicht, dass ich dich bei der letzten Sendung... Im Stichlot! Und da alleine! Und... Soja! Könntest du mir... Was soll ich denn machen? Fangen! Wie? Da! Alles vorbereitet! Soll ich das rüberholen? Zahme ume! Warte mal! Ja! Geh wer? Zahme ume! Zahme ume! So jetzt, komm! So jetzt, schau mal her! Ein riesen Applaus für Andi Borg! Und ich denk, du bist in Luzern! Ich lass dich in deiner letzten Sendung nicht alleine! Du weißt, dass in deiner letzten Sendung es immer eine Überraschung gibt! Ja! Und diese Überraschung hat fast 100 Kilo, ist 1,70 Meter groß und in Wien geboren! Wien liegt bei Österreich, ne? Ja! Ja, ich weiß! Stefan! Ja! Ich bin noch einmal zurückgekommen, weil ich dir Danke sagen wollte von einem Millionenpublikum und von deinem Team! Ich bin ganz aus der Atmung! Nervös bin ich auch! Stefan, geh einmal mit mir! Ich bin da! Millionen Fernsehzuschauer möchten Danke sagen! Wenn diese Sendung zu Ende ist, hast du 17 Jahre lang den Sommer hier verbracht! Ja! Den Applaus, den du jetzt hörst, der kommt nicht aus dem Fernseher, sondern von dem, wie sagst du immer? 2365! Hier in der Arena immer wieder Sonntags! Geh mit! Lieber Stefan! Da steht er! Das hier, was du gerade spürst! Ich möchte fast sagen, diese Liebe zwischen dem Publikum und dir und uns ist ja schon sehr früh entstanden. Du bist als kleiner Bub, hast du dich mit der Trompete in Millionenherzen gespielt, du hast einen Mann wie Karl Moik im Fernsehen zum Weinen gebracht, du mein Freund musstest viel zu früh um deinen Papa weinen. Wenn er ein bisschen länger auf die aufgepasst hätte, dann wären dir einige Jugenddummheiten erspart geblieben. Vielen Dank! Soll ich dir was sagen? Genau das ist einer der Gründe, warum dich Millionen Menschen lieb haben! oder? Und ich noch mehr, weil ich dich noch besser kenne als diese Millionen. Dein Team, dein Team, dein fantastisches Team hat mich gebeten, dir einen Blumenstrauß zu überreichen, aber ich bin kein Florist, sondern ein Floretsdorfer, der für sein Leben gern singt und deswegen überreiche ich diesen Blumenstrauß musikalisch und unser großartiger musikalischer Leiter in Berlin, Egge, hat die Musik so schön gemacht, dass es gar nichts stört, wenn ich ein bisschen mitspüle. Ein Lied, das du sehr gerne magst. Stell dir einfach her, genieß den Text, jedes Wort lag auf der Waagschale. Ein Dankeschön und als Respekt vor dem, was du tust und was du bist. Bleibt, wie's bist! Applaus Musik 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 Die Sommerzeit ist bald vorüber und Sonntagshast ist jetzt wieder frei. Und von den Schoß scheint wenig über, wer dann sagt, dass alles vergessen wird. Ja, der Irrt, dein großes Herz, das spüren die Leute, es ist schon lang, so wie es ist. Drum singe ich dir hier und heute, bleib bis bis, so kann man machen, was man will. Wenn du uns anlachst unter Früh, da schmützt das Eis von unserer Söhne, wir fahren am Gletscher immer früh. Das ist die Wärme in uns ein und keiner fühlt sich mehr allein. Und schreibst dir hinter seine Ohren, das, was du tust, ist nie verloren. Du bringst die Freude in die Welt, bis unser Sonntagmorgen hält. Und für Millionen singe ich's laut, ich war dabei, ich hab's gesehen. Der Sommer war sehr schön und zwar durch dich. Der Sommer war sehr schön, wir werden uns wiedersehen. Und du weißt, dass es bei mir von Herzen kommt. Und ich würd so was nicht machen, wenn ich's nicht aus tiefstem Herzen mein. Und das ist von der Birgit. Du siehst es, du hörst es. Und ich glaube, dieser Applaus bedeutet nichts anderes, als dass wir ohne weiteres noch einmal 17 Jahre mit Stefan Mroch immer wieder Sonntag sehen können. Ich bedanke mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, dass wir immer wieder bei dir auftreten dürfen. So wie der nächste Gast, falls du jetzt nicht weißt, wie's weitergeht. Peter Kraus eigentlich. Du musst jetzt, genau, du musst, Entschuldigung, du musst jetzt, du wirst jetzt ein Gespräch mit dem Mann führen, der unser aller Vorbild ist. Hier ist noch einmal Peter Kraus. Okay. Bye.